Er scheint unruhig zu sein. Soll ich das jemandem erzählen? Besser ist das. Ich muss seine Testergebnisse haben. Die Anzahl der Zigarettenstummel verhält sich umgekehrt proportional zu der Anzahl Stunden, die ich geschlafen habe. Verdammt, so ein Mist! Ja, drück mal auf den Knopf. Ach, der arme Kerl. Soll ich Ihnen sagen, was mein Albtraum ist? Es ist diese abscheuliche Hexe, mit der ich hier arbeiten muss. Nur gut, dass sie um halb eins in den Operationssaal ist, aber von mir aus könnte sie schon deutlich früher gehen, wenn Sie verstehen... Mensch, der kollabiert doch da fast, oder nicht? Wie auch immer. Danke, dass Sie mir Bescheid gegeben haben. Äh, und dass Sie ihn hierher gebracht haben. Finde ich schon krass. Sie hat was am Herzen und warum sollte er einen Fieber haben? Es mag ihr vielleicht nicht wichtig sein, aber ich muss mir seine Patientenakte ansehen. Okay, dann schauen wir mal nach der Patientenakte. Gucken. Da hinten ist ja noch ein Rollstuhl. Kann ich da irgendwas mitmachen? Oh. Rufen wir mal Weekly an. Und dann rufen wir mal die Tochter an. Also im Gym rufen wir an. Das ist gar nicht verkehrt. Geht gar nicht ran, ne? Rufen wir mal im Gym an. Vielleicht bekomm mal da auch neue Hinweise. Tja. Rufen wir nochmal an. Erstmal kleben wir die Karte an hier. Okay, prima. Gucken wir mal, können wir nochmal anrufen? Ne, die Option ist weg. Schade. Mal gucken, wie wir an die Patientenakte rankommen. Hi. Du bist noch wach, mein hübscher... Klar. Oh, bei der gibt's vier Hinweise. An den Augen. Und nicht an den Augen. Haha. Oh, hier wieder komplett nichts. Zigaretten. Was ist das? Telefon. Das heißt, wir könnten ablenken. Ein Namensschild. Rina ist die Gute. Hallo, Rina. Margarina. Margarina. Dienstplan. Zwölf Uhr drei ist Dr. Talbot. Unfallmedizin. Ich hätte gerne eine Schachtel Morleys. Oh. Und leg gleich mal einen Dollarschein hin. Schattel Morleys für Mr. Schambolzen. Ja. Schön eine durchziehen. Na, super. Ich muss sie irgendwie ablenken. Hm. F2. Wir können kombinieren. Sehr gut. Dann lösen wir doch mal was. Mary hat es neulich so... Dr. Talbot operiert heute ab 12.30 Uhr. Offenbar assistiert die Reh-Krankenschwester ab 12.30 Uhr Dr. Talbot bei seiner Operation. In vier Stunden. Ob ich die dazu bringen könnte, früher zu operieren? Das war toll. Komm schon, ihr habt da doch Yales Patientenakte auf dem Tisch liegen. Ich kann die sehen. Genau. Und da stehen wahrscheinlich alle Ergebnisse. Oh nein, jetzt versteckt sie die. Tja, so ist das eben. Wie wirst, wenn du mir Yales Akte zeigst und ich dich zum Essen einlade? Du bist ja schon ein Hübscher, aber ich bin nicht bescheuert. Was? Ich werde mir Yales Patientenakte nicht ansehen können, solange sie da ist. Oh, das ist doch ärgerlich. Ich werde mir Yales Patientenakte nicht ansehen können, solange sie da ist. Genau. Ja, dann rufen wir sie einfach mal an und erzählen ihr, sie muss ganz schnell weg. Unfallmedizin. Ah, sehr gut. Ein Fuchs. Gut kombiniert, Watson. Er soll sie mal anrufen und dann soll sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Unfallmedizin. Sherry am Apparat. Wollen Sie bitte Dr. Gregor Talbot an den Apparat? Ja, einen Moment. Ähm, nein. Es ist so, dass Dr. Talbot laut Dienstplan erst ab halb eins hier sein wird. Dürfte ich wohl wissen, wer da spricht? Scheiße. Das hat nicht hingehauen. Okay, wir haben einen zweiten Versuch. Und den nutzen wir jetzt. Sherry, hier spricht Dr. Talbot. Wir müssen den Termin um halb eins verschieben. Ich will, dass alle in fünf Minuten im OP sind. Sollte irgendjemand Ärger machen, sagen Sie bitte, dass es um Leben und Tod geht. Verstanden? Sehr gut. Um Leben und Tod, um Leben und Tod. Das soll wohl ein Witz sein. Immer das Gleiche. Oh Gott, ist sie dumm. War das doch super. Können wir uns jetzt die Akte holen. Also schön. Wie soll ich das sagen? Ich brauche etwas, dass Sie... Oh. Nur wenn Sie erraten, warum ich es Ihnen gebe. Sie wollen mir bei meinen Ermittlungen in einem Kriminalfall helfen. Na, wenn Sie mal nicht clever sind. Ja. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Haben Sie gehört? Nein, mach ich nicht. Ich schlag das auf und lese das ein bisschen. Reanimation nach Herzstellstand. Ja, das war ich. 1903 Keuchhusten. Was? Was steht da? Ach, Sie kennen doch die Ärzte. Das ganz oben habe ich geschrieben. Mal sehen. Extra Systole und Dehydrierung durch Panikanfall. Extra was? Sie wissen schon, Arrhythmien. Herzrhythmusstörungen. Oh. Was ist damit? Nur gut, dass ich weiß, dass Mr. Yale in Dr. Fergusons Obhut ist. Sonst würde ich mir Sorgen machen. Hey, nein bedeutet nein, Miss. Sie wissen tatsächlich nicht, wer ich bin. Kann das sein? Miss, ich habe ganz klare Anweisungen. Und diese Anweisungen sind zu klappen. Da sind sie ja, Miss Dunn. Oh. Er ist ein bisschen irritiert. Sagen Sie es ihm, Black Set. Ich kriege es in seinen Dickschädel nicht rein. Weißt du, Hi Phil. Sie ist meine Frau, Jerry. Deine. Na, da laufst mich doch der Affe. Du hast... Ich habe nie gesagt, dass du verheiratet bist. Also, zukünftige Frau unter uns. Ich wusste doch, dass auch du mal sesshaft wirst. Wart's nur ab. Bei der gewöhnst du dir sogar noch das Rauchen ab. Na gut, lass sie rein. Aber keine Sauereien da drin. Das war die dümmste Ausrede, die ich mir je einfallen lassen hatte. Sie wollten rein, jetzt sind sie drin. Also beschweren sie sich nicht. Stimmt. Danke. Wie auch immer. Sie haben ihren Auftrag erledigt. Ihren Scheck schicke ich Ihnen am Tag nach dem Kampf. Sie können jetzt gehen. Oh nein. Sie wird irgendeine Dummheit anstellen. Los, komm. Sonja, nicht. Er hat meinen Vater ermordet. Das haben sie doch selbst gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Nein, ich habe ihm doch gesagt, dass ich mir nicht sicher bin. Der hätte sie fast in der Wohnung dieses Flittchens umgebracht. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Ihr Vater würde nicht wollen, dass sie sowas tun. Er war gerecht. Aber mit Gerechtigkeit hat das hier nichts zu tun. Schnauze. Nichts davon spielt eine Rolle. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Sie können hier doch nicht selbst Justiz üben. Glauben Sie mir, das würde sie den Rest ihres Lebens verfolgen. Genau. Dann würde sie im Knast landen. Das ist schon gut. Alles okay. Ja, komm, wir umarmen sie mal. Hat ihr ja was durchgemacht, die Kleine. Was? Onkel Tim! Mieze. Ich bin aus Los Angeles hergekommen, sobald ich nur konnte. Oh. Ich hab doch gesagt, es hat keine Ahnung. Alles wird gut, mein Schatz. Willst du mir noch gar nicht auf der Kette? Nein, das ist John Blacksat. Der Detektiv, der Bobby gefunden hat. Ah, dann ist das hier also rein geschäftlich. Und ich dachte schon, du hast gute Neuigkeiten für deinen Onkel. Ach, Onkel Tim, sei doch nicht albern. Wer ist hier albern? Sieh dich doch mal an. Du bist klug, gebildet und bezaubernd wie der Hellste aller Sterne. Genau, versteckt die Wasser. Jeder einzelne Mann dieser Stadt sollte dir zu Füßen liegen. Naja, so toll ist sie jetzt aber auch nicht. Kommt, er soll sich mal lieber ausruhen. Hm, verstehe. Sagen wir mal, Bobby Yale ist wirklich unschuldig. Auf wen sollen wir uns konzentrieren? Wir? Dein Vater hat mein Geld abgelehnt. Aber eines musste ich ihm dafür versprechen. Dass ich mich um dich kümmere, falls ihm etwas zuschossen sollte. Aber ich kann... Ich weiß, dass du absolut in der Lage bist, ganz allein diesen Boxclub zu führen. Aber wir wissen noch nicht einmal, ob Yale überhaupt in der Lage sein wird, gegen Stone anzutreten. Zumal irgendjemand großes Interesse daran zu haben scheint, dass der Kampf ausfällt. Und irgendjemand muss Mr. Blackshed bezahlen, damit er dieser Sache auf den Grund geht. Bitte, bringen Sie ihn zur Vernunft. Ihr Onkel hat recht. Ihr Vater hätte nicht gewollt, dass Sie das hier allein durchstehen. Genau. Hör auf den Detektiv. Außerdem geht's um meine Bezahlung. Na gut. Dank dir, Onkel. Vielen, vielen Dank. Also, komm, hör auf zu weinen, sonst ruinierst du dir noch dein Make-up, meine Mieze. Jetzt mach dich mal frisch und ich lade euch zum Frühstück ein. Ach, halt, meine Handtasche. Ich hole sie. Die ist sicher in... Blackshed, warten Sie mal eben. Ich glaube, sie braucht etwas Zeit. In Ruhe. So wie wir. Hören Sie, mein Junge. Lassen Sie nichts unversucht, um Joes Mörder zu finden. Lassen Sie nichts unversucht. Wenn's unappetitlich werden sollte. Keine Sorge. Ich räume schon wieder auf. Abgemacht. Boah, ich dachte schon, sie drückt jetzt ab. Klar. Ich werde mein Bestes geben. Ja, der Onkel hat Kohle, der soll mal ein paar Knosse, ein bisschen Knosse rüberwachsen lassen, ja. Nein. Erzählst du wieder Geschichten vom großen Eisenarm? Moment mal, aber natürlich. Der Quarterback von den Milestones. Tim Eisenarm Thorpe. Oh, er war das. Gut, dass mich die Leute für gewöhnlich schneller wiedererkennen. Blackshed, kommen Sie mit zum Frühstück. Liebend gern. Autogrammkarte und der durfte durch. Super. Ja, dann sind wir ja doch weitergekommen. Hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte erst, als sie ihn abgeknallt hat, das war's jetzt. Oh, die gesammelten Hinweise lassen neue Schlussfolgerungen zu. Das ist doch super. Im Zuge meiner Ermittlungen musste ich Jake um einen kleinen Gefallen bitten. Oder ihn einfordern, falls es hart auf hart kam. Mhm. Der kann ganz gut zuhauen, der kann uns helfen. Das ist doch sehr gut. So, warte er hoch. Der trainiert schon seit Ewigkeiten in den gleichen Shorts. Ja. Ja. Oh. Das nenne ich noch mal Vertrauensvorschuss. So. Das mit der Shorts hatten wir schon. Gehen wir mal weiter nach oben. Oder gibt's bei dem anderen irgendwas? Ne. Wir müssen hier rüber. Hier runter. Hoffentlich ist ihm nie danach, mich zu schlagen. In den passe ich locker zweimal rein. Ja, das hat auf jeden Fall Kraft, der Junge. Super. Hey, Jake. Jetzt nicht schon. Nö, gibt nix neues. Okay, ja, dann. Reden wir mit dem anderen. Und schauen uns den mal an. Gehen wir weiter zurück. Der hier ist extra gepolstert. Genau wie Jake. Naja, das stimmt. Den ist nicht gut Kirschen essen. Ist ja auch ein Bär. Papa Bär. Wie viele Kopftreffer kassiert ein Boxer im Verlauf seiner Karriere wohl? Boah, das ist eine gute Frage. Hey, hi. Hey, konzentrier dich, ja? Hey, Jake. Los, komm her. Ich hab gesagt, jetzt nicht. Oh. Ja, dann eben nicht. Können wir auf jeden Fall kombinieren, glaube ich. Genau. Mal schauen, was wir da zusammenkriegen. Weekly hat sich also... Die Krankenakte war von einem Doktor, äh, Ferguson ausgezeichnet. So. Diesen Fußabdrücke. Dr. Palmer empfiehlt sich, Jell. Ah, super. Ha, diese Echse ist nicht Jells Arzt. Neuer Tipp, wer ist der Typ, der sich als Jells Arzt ausgibt? Tja, das ist eine gute Frage. Okay, die Sprüche haben wir uns ja eigentlich schon angeguckt. Gibt's hier was Neues? Ne, das kennen wir auch schon. Ich glaube, wir sollten mal telefonieren. Das wär bestimmt mal angebracht. Ich hab mal genau so einen Sandsack aus reiner Wut in Fetzen geprügelt. Na, du bist doch auch der Größte. Ach, warte mal. Vielleicht können wir ja mal nach oben. Warte mal mit der Tochter reden. Wenn die da oben ist. Oder wir können das Büro durchsuchen. Das wäre ja auch mal interessant. Oh, geil. Sie sitzt da nicht. Das ist doch richtig gut. Gucken, ob wir da noch was finden jetzt. So, da sind Schubladen. Da ist aber nix. Die Pokale. Da ist auch nichts. Ne, genau. Dann telefonieren wir mal. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Müssen wir mal gucken, wo das Telefon war. Aber ich glaube, das war hier. Hier ist der Eingang. Ich glaube jetzt hier rechts rum. Und dann links. Ich kann gar nicht anrufen. Raus kann ich hier auch nicht mehr. Okay, ich könnte die Spinde nochmal. Und warte mal, was stammt da noch? Ohne Fleiß, kein Preis. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Ich habe gedacht, dass wir da nochmal einen Aufkleber finden oder so. Für sein Album. Aber wir können ja die Spinde nochmal kurz durchsuchen. Das war auch nochmal eine Maßnahme. Auch sehr understand. Okay. Da sind wir auch mal. Das war auch schon. Das war auch schon. Also, ich hoffe, dass wir hier auch noch have. Das war auch schon. Da sind wir demiş. Also, hier sind wir auch noch eine erste Reihe. Das war auch vorbereitet, aber wir haben sa, den Preis... Auch schonays confirmationst手. Aber die Springsteine lang, Das Hirn eines Rassisten ist so voller Hass, dass unwichtige Dinge nicht mehr reinpassen, so wie gesunder Menschenverstand oder Rechtschreibung. Doch dieser höchst kultivierte Autor hat den Fehler entdeckt und versucht ihn zu korrigieren. Bin mir aber nicht sicher, was mir das Ergebnis sagen soll. Da hat er recht. So, liegt hier jetzt noch ein Hinweis vor? Ne. Ja, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, aufs Dach zu gehen. Um nochmal zu schauen, ob wir da noch irgendeinen Hinweis finden. Ach, das ist auch gut. Gut, das reicht. Fünf Minuten, los. Prima. Na komm, sei nett zu mir. Was ist denn so wichtig? Könntest du mir verraten, wo O'Leary sein Hauptquartier hat? Wozu? Nein, nein, nein. Das könnte Ärger geben, auf keinen Fall. Na komm. Mir kannst du es doch sagen. Ja, wahrscheinlich mit Klopfen. Also, dann sehen wir uns heute Abend. Man sieht sich. Ronald, die Pause ist rum. Nach 30 Stunden Arbeit und mehreren Abreibungen sehnte sich jeder Knochen in meinem Leib nach einem Bett. Jetzt bin ich dran. Also ging ich nach Hause. Oh, er hat den Umgau. Nächster Abend zivilversprechend werden. Ja, er braucht auf jeden Fall Schlaf. Keine Frage. Ich bin mal gespannt, wie wir da reinkommen. Was weißt du über diesen Keller? Tja, lass mich mal überlegen. Nichts. Komm schon, Jake. Verdammt nochmal. Mir gehen so langsam die Drohungen aus, mit denen ich dich zum Reden bringen könnte, Jake. Und ganz ehrlich, Gewalt möchte ich nicht anwenden müssen. Na. Ha. Alter, das war witzig. Ich bin mehrmals abgeholt, aber ich musste dann immer im Speisesaal warten. Eines Tages war es so spät, dass das Restaurant schon geschlossen hatte. Ich musste von einem Münztelefon in der Gasse da anrufen, um Bescheid zu sagen, dass ich da bin. Wenige Minuten später kam O'Leary dann aus dem Hinterausgang raus. Aus der roten Tür da. Gut. Du bleibst beim Münztelefon. Warte, bis ich trenn bin. Wenn du jemanden siehst, ruf die gleiche Nummer wie damals an. Lass zweimal klingeln. Kapiert? Leck mich. Eine wirklich vielversprechende Nacht. Du bist im Revier von On Leong Tong. Tür. Einfach zu hoch zum Erklettern, falls der Keller, den ich suche, in dem Gebäude da ist. Naja. Das stimmt allerdings. Was ist hier denn noch am Cross? Ah, super. Hall of Fame. Kleben wir gleich ein. In jeder Ecke finden wir einen Aufkleber. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ist natürlich wieder eine richtig schöne Gasse. Da steht nur eine Tonne rum. Was ist passiert? Sollen wir stiften gehen? Sehe ich so aus, als wäre ich ihn eile. Schau dir das Graffiti an. Du bist im Revier von On Leong Tong. Wow. Ich dachte, die Tong-Kriege wären schon vor Jahren zu Ende gegangen. Vielleicht hat sich da irgendein Nostalgiker gelangweilt. Scheiß Chinesen-Mafia. Ja, die amerikanische Mafia ist um Längen besser. Keine Frage. Bist du fertig? Was meinst du? Also gut, ich gehe zurück in die Gasse. Ich lasse es nicht wissen, falls ich was brauche. Ja. Ja, erstmal müssen wir auch richtig gucken hier, was her... Na komm, das ist ein Aufkleber. Den kleben wir auch gleich ein. Immer noch nicht alles komplett. Also da gibt es aber unheimlich viele Aufkleber noch. So, aber bevor wir da hingehen, wollte ich hier nochmal einen Container gucken. Und ich vermute mal, dass wir da runter können. Ich denke, dass die leuchtet, wenn jemand am Haupteingang klingelt. Mhm. Braucht er eine Schrotflinte, um mit den Lieferanten klar zu kommen? Wahrscheinlich er nicht. Er würde uns den Arsch schießen, wenn wir da reinmarschieren. Blöde Katze! Würde er überhaupt merken, wenn ich reinkomme? Blöde Katze! Vielleicht geht's da zum Keller. Das ist auf jeden Fall der Alarm. Ich hab da so ein Gefühl, dass der mich bemerkt, egal wie vorsichtig ich auch bin. Das glaub ich auch. Oder vielleicht ist das ja der Weg zum Keller, nicht dieser Flur. Ja, woher sollen wir das wissen? So, jetzt gucken wir uns mal die Klappe an. Ist das vielleicht ein Aufzugsschacht? Wie geht das Ding auf? Wenn ich richtig liege und das ein Lastenaufzug ist, dann könnte das mein Zugang sein. Wenn ich nur in diesen Kasten käme. Okay. Wenn wir jetzt kombinieren, dann würde ich sagen, holen wir mal unseren Freund. Der soll mal den Kasten da wegziehen. Warum brauchst du denn so lange? Also den Container. Willst du tauschen? Im Boden ist eine Falltür, direkt beim Restaurant. Kommt dir das bekannt vor? Das Restaurant oder die Falltür? Ach, vergiss es. So ein Typ sieht im Restaurant fern. Ein roter Panda, glaube ich. Kommt mir nicht bekannt vor. Kann mich an keine Panda-Kellner erinnern. Ne, sieht auch mehr aus wie der Hausmeister. Ich sehe zwei mögliche Zugänge zum Keller, aber... Du glaubst wirklich, dass ich dir da jetzt weiterhelfen kann? Du musst vorne zur Eingangstür gehen und läuten. Gibt es in der Gasse da eine Bar? Hast du getrunken? Zähl bis 30. Läute an der Tür und lauf zum Wagen. Kapiert? Du schickst mir nach dieser Nummer hier mal besser ein paar, Nataljas. Also, was hast du jetzt vor? Ich öffne die Tür mit den Dietrichen. Wenn ich drin bin... Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Flur oder die Tür rechts nehme. Ja, ich weiß das auch noch nicht. Scheiße. Dann mal ab in den Keller. Da bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh, finde eine Lichtquelle, bevor dir das Feuerzeugbenzin ausgeht. Ah, Taschenlampe. Mit der Maus bewegst du den Lichtkegel und enthüllst einen Hotspot. Okay, super. Das ist eine Tür. Ich hatte tiefgekühlte Leichen erwartet. Mö, es ist nochmal. Hört sich nicht. Komm. Jetzt nochmal. Ja, sehr gut. Ja, hat doch geklappt oder nicht? Das ist ja merkwürdig. Ah, da ist noch ein Hebel. Ja, dann kann das auch nicht funktionieren. Ja, da ist noch ein Hebel. So. Jawohl. Spezialtür. Alter, der stöhnt da aber rum. Wir haben den anderen Keller ja noch gar nicht richtig durchsucht. Und sonstiges. Football. Eishockey. Baseball. Boxen. Oh, da wurden wohl Wetteinsätze. Haben da stattgefunden. Steve Grayson Stone. 200 Dollar. Eins auf jedem Tisch. Außer auf dem hier. Die Quoten sind erdrückend zu Stones Gunsten. Ich weiß ja, dass er der amtierende Champion und Bobby Yale nur ein Herausforderer ist. Aber ist vielleicht etwas zu seinem Zustand durchgesickert? Das sieht so aus. Dass man halt gar nicht mehr so auf ihn wettet oder so. Wow. Mir war gar nicht klar, dass man so viele Wetten auf ein einziges Baseballspiel platzieren kann. Das ist ja wie so eine Wettmafia. Passwort, wilde Erdbeeren. Das wollen wir uns doch mal merken, oder? Sieht aus wie eine Zusammenfassung aller Wetten, die reinkommen. Tag, Betrag, Wette, Kunde. Moment mal. Hat O'Leary selbst fünf Riesen auf Yale gewettet? Ui. Ein kleines Wunderding, das rechnen kann. Was kommt denn noch alles? Hm. Manchmal vergesse ich, dass Kriminelle auch die Schreibtischtäter Familie und Kinder haben. Hm. Wieder ein Beispiel dafür, dass sich das Verbrechen immer lohnt. 16 Tage bis zum Kampf. Irgendwo in einer Karte versteckt oder so? Nö. Doch, da ist eine versteckt. Machen wir mal weiter. Hm. Er zeigt zwar den Hinweis an, aber da ist nichts mehr. Okay. Ist hier rechts noch irgendwas? Er hat verschiedene Uhren. New York, Chicago. Hat O'Leary ein Netzwerk von Komplizen? Gehen wir mal raus. Oh, da können wir ja gar nicht raus. Nee, da fehlt wahrscheinlich noch ein Hinweis. Gucken wir mal, ob wir schon was kombinieren können. Nee, da fehlt noch was. Ja, da war's. Gucken wir mal. Und noch eine Karte. So, wir kleben die aber nicht mehr ein, weil es... ...kommt uns hier irgendwie nicht weiter. Bestimmt ja irgendwas übersehen. ...eine Kleinigkeit oder so. Ich hab das Gefühl, wenn ich hier an der anderen Stelle... Achso, da ist die Tür. Also eigentlich dachte ich, da wären Schalter oder Hebel. ...kommt uns hier. Untertitelung des ZDF, 2020